Ich werde dich mal aufmachen. Ich werde dich mal aufmachen. Ich komme jetzt auf Minecraft auf. Das ist ja gut. Thomas, warum hat man dort eigentlich Bauleiter? Ja, stimmt. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Das ist gut, das ist gut. Ja, ich finde, alles ist in Ordnung. Thomas? Ja? 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 Ja, ich finde das nicht, du Pfeife! Ja? 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 Alter, der ist ganz alt. Alter, was ist los? Der Skin sieht doch irgendwie merkwürdig aus. Du hast ja gar keine Zähne mehr. Doch, zwei. Der ist ja gar keine Zähne mehr. Der ist ja gar keine Zähne mehr. Der ist ja gar keine Zähne mehr, die wir in der Zeit haben. Unter Freunden und Helmut. Vor allem bist du ja auch nicht ein bestimmter Bauleiter in einem Beginn. Damit du dann aufhörst. Helmut, aber das ist nicht mein Account, ne? Ich finde... Ist das der Gloster-Account oder was? Ja, natürlich. Ne, das wäre auch ein Account. Ja, aber ich bin es ja schon gewohnt, dass ich Faker habe. Ich meine, bei meinem Bekanntheitsgrad... Ja, also da kann es sicher passieren. Helmut, guck, ich schicke dir jetzt sogar extra einen Link. Freundlich, wie ich bin. Und nicht nur, um von mir abzulenken. Nicht nur, weil das gerade allein meine Idee war. Ähm, gibt es hier noch irgendwelche Leute was dagegen hätten, wenn ich das irgendwo hochlade? Nein. Ja, der Gloster-Account. Achso, okay, ja, gut, dann mit, wer ist es geklärt? Ja, hochladen, hochladen! Hochladen! Was lädst du hoch, du fette Stück? Geh das. Wir haben das aufgenommen. Ja, also die Aufnahme ist noch an. Ne, ich werde es hier noch schneiden und da bestimmte Remixes machen. Ich glaube, ich hätte auch eine YTP oder sowas machen. Gedrollt wird nicht. Gedrollt fliegt. Oh, doch, Helmut hat das verziehen. Ey, Thomas, da würde ich irgendwas machen, was dir wehtut. Der Witz ist erst sehr spät erfahren, was ich gemacht habe, aber es würde dir wehtun. Wer so viele Aufnahmen immer schneidet über andere, der hat sowas mal verdient. Komm, das musst du dir jetzt selbst mal zugeben. Ne, Thomas, das gebe ich jetzt auch ganz offen zu, dass es für mich legitim ist. Sonst, dass ich auch kein Problem damit habe, weil wir hier ja unter unserem Teil sind. Und YouTube. Daneben auch. Und mir. Daneben und. Ja.